sind wir auch schon gleich fertig mit dem keller dann müssen wir noch den boden rein und die wände alle gleich machen und dann haben wir es auch schon ich brauche übrigens wieder riesige mengen koks weil ich dann die riesige menge stein brennen muss ich brauche erstmal kohle koks hier noch zu antworten ich koks hier aber das wird nicht reichen ja doch das könnte eventuell sogar reichen auf jeden fall ist erstmal ein bisschen kohle der kohle haben wir noch in der durchsichtigen truhe zum umfallen sicher bezieher die ganze kohle die ich mein Kissen hat mitgenommen es ist einsteck auf acht zahlen so drinnen noch mal durch in der runde rein rein wenn sie dann in der kiste dann koks rausnehmen 22 ok mache ich dann weil mit der restkohle die tue ich erstmal in den koksofen reinhauen mach das erst mal koks projizieren ja so wieder rüber in mein zimmer dort dann alles ansp... und ich brauche hier noch ein paar Kisten und doch 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 das geht so nicht das kann ich schon fast denken dass es so nicht geht die Maschinen müssen immer um ein bisschen auseinander stehen das hat mir gerade aufgefallen kein Problem kein Problem was war das denn jetzt die Stoning Engine die steht so verrückt da was war das jetzt für ein Geräusch ach so das Geräusch ja Geräusch halt ne okay ich weiß was das war ne das war kein natürlicher Furz da hat sich auch nicht so angehört hat sie auch nicht angehört ha 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 ok der Teil steht jetzt so dein Teil steht Two have und und okay das Ding läuft Oh, das Ding läuft auch noch, oh Man, Florian! Ja, so heiße ich Hey Flo, ey, nicht Flo, sondern Zombie Tschüss Zombie So, machen wir das hier erstmal so Fuck, hab ich jetzt So, welche Bienen haben die Ehre jetzt, ähm benutzt zu werden? Tropische Bienen? Jetzt Prinzessin Oder Da hab ich noch Wege Prinzessin Ja, hier bescheiden Prinzessin Zweitende Drohnen So 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 Das heißt, ich müsste eigentlich meine ganzen Waben nehmen und die erstmal in das Zentrifuge reinpacken Da kommen immer so interessante Sachen Okay Okay Oh, gut Ach, sie haben jetzt keinen Maserator mehr, sehe ich das richtig? Ja, müsste, äh, mach mal ein neues, bitte Ja, sehe ich so aus Dafür ist Tim zuständig Kann ich auch für Ich hab mir jetzt das Krux genommen Soll ich dir ein bisschen Kohle da lassen? Äh, wär nett Ich tue sie direkt mal in die eine Kruxerei rein, so In die hintere am besten Ja, hab ich gemacht, weil die vorderen ist noch voll Moment, stopp Ach nee, ich bin grad voll Ich komm gleich nochmal, wo sind denn die Schienen drin? Sind die auch in der Kiste? Äh, die sind in der letzten Kiste, glaub ich Okay Huch What the fuck, wer hat denn hier ein Loch gebaut? Mitten in der Bahnstrecke Huch Ich bin auch durchgefallen hier So Oh, nicht Tau 1,2,2 1,2,2 1,2,3 1,2,3 1,2,3 2 1,2,3 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 geschehen in uns anhand nahe an die siehre so steht ihnen russer klopft jemand Wurz Blumen Urwald effektiv sind giftig was soll es in Urwald Blumen weiß ich nicht das ist zu wissen ich weiß was ich auch machen wollte so wollte ich zwei Bienen verbinden irgendwie so irgendwie so dann vielleicht in diesem Mutters das ich dann irgendwie geiler bin what the fuck was kommt bei der Werte schon alles raus nicht 60 nicht so was kommt passiert die denn eigentlich option wenn ich versuche so Ach, das sind genug Schienen mittlerweile, glaube ich So Loll, Hammer geil Hat er selber mal einen Abgang gemacht Also mein Internet läuft noch Error So, da hat wohl der DS einen Abgang gemacht Ob ich noch mal so sagen Das hat Daniel auch gecheckt Jetzt natürlich die Frage, was wir dann jetzt machen Error So, wir gehen jetzt gerade auf den anderen Zauber Error Ja, das sind irgendwie Also entweder liegt das an meinem Internet Oder alle Servers sind down Ne Auf dem FeedSuite-Server konnte ich Und ich muss mal ganz kurz die Adresse Ähm, auf dem zweiten Fall Ah, wir stellen uns einfach jetzt mal in den Raum So, Passwort ist User disconnected from your channel User left your channel User entered your channel User entered your channel User entered your channel Okay Hi Hi Hi, zieh mich mal Um Ja, wollen wir mal in den Default-Channel bleiben Na gut Also Leute, es funktioniert wieder Wir haben alles wieder hingekriegt Wir sind Prober-Profs Ja, nein, ich habe alles wieder hingekriegt Du hast nur rumgehofft und rumgebattelt und blablabla Das spezielle brauchen wir um Ja, gut, ich baue einfach einen neuen Bahnhof dazu Okay Hallo Hallo Warum? Ja, weil ich kann Wenn ich hier Schiene an eine andere Schiene anlege Dann kommt da keine Verbindung Ich habe dann keine Weiche Ich habe dann keine Weiche Ihhh Nur eine harte Gott Leute, was habe ich nicht gemeint Daniel, hast du eigentlich ein normal Ding Hast du eigentlich normal Kins hier? Äh Äh Äh, an Jujo Meta hat das so rausgeholt Ich habe äh Alle Jujo Metas rausgeholt Wie waren das? Äh Ich glaube, das waren sechs Dann möchtest du den Stab wiederhaben, Tim Was? Ja Warte, bleib mal da, Tim Tim, bleib mal da Du kriegst deinen Stab Ey, warte, warte, warte Gib mal das Jujo Meta, Daniel Dein Stab Ich habe das nicht Wo hast du es hin? Da liegt er Ich habe das nicht gehabt Genau Also hast du nichts da rausgenommen? Nein So, dann war es nicht fertig Na gut, ich muss es dann in der Füße anlegen Finde ich jetzt nicht so praktisch, aber okay Was? Oder ich platziere einfach mehr Sand Ja, die Bienen hier Die Wüstenbienen Boah, Alter, ne Voll ätzend Jetzt muss ich mich extra noch informieren Welches E-Stack wir überhaupt machen Weil auf der Map gibt es zwei Da muss ich noch gucken Äh Da musstest du voll arbeiten, Tim Stell dir das mal vor Ja, Alter, voll anstrengend Ja, echt mal, ey Da muss ich halt noch gucken Äh, wie Also, wie das überhaupt geht Weil alle müssen einen Plan haben Was sie machen müssen Beim anderen konnten wir zwei Stück machen Ne, okay Ich glaube, das ist so Gut, dann könnt ihr mich schon mal nicht Everybody's looking for love Oh Ain't that the reason you're at this club Whoa Can't go to find that dance with him